Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was war das denn? Komisch So, ich muss los Mach's dir gemütlich, ja? Tschüss, Keks Okay, ich bring dir neue Lieblingsleckerlis mit Versprochen Also, bis später Jetzt ist Fritz gleich weg Und ich kann machen, was ich will Na, mal überlegen Löcher buddeln oder Nachbarn ärgern? Nee, 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 nee Fang mich doch, fang mich doch Wer ist das? Silber, Silber, Haar Lachen alle Felber Tja, muss ich doch mal nachschauen Hey, wo seid ihr? Wo sind die nur? Sind die hier? Nee, 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 nee Fang mich doch, du Eierloch Menno, ich bin Hey, was war das? Verzeihung, das war mein Mittagessen Dein Mittagessen? Ja, eine Nuss Die ist echt hart, deine Nuss Hi, ich bin Keks Und ich bin Elsa, Emilia, Esmeralda, Eichhörnchen Elsa, wie? Wo rennst du denn hin? Die Nuss Meine Nuss Wiederfinden Deine Nuss liegt da Danke Hör auf Nennu, ich bin Gehören die Kleinen da drüben zu dir? Ja, das sind meine Kinder Was suchst du denn jetzt schon wieder? Noch mehr Nüsse Ich komm mit Willst du meine Nüsse klauen? Quatsch, Matsch Die Schale von den Dingern ist doch ganz schön hart Ich? Lecker Kann die Schale mit meinen Zähnen knacken Und deine Zähne gehen nicht kaputt? Und wenn, wachsen sie wieder nach? Echt? Genial Solche Beißerchen hätte ich auch gern Verkickst Lecker Von denen brauche ich noch ganz viele Willst du die etwa alle zum Mittag essen? Nein Die verstecke ich Damit ich im Winter auch was zu futtern habe Aha Ich verbuddel meine Knochen auch manchmal Du bist Ne, du Da sind sie ja wieder Das sind Emilio und Elisa Ups Und sie streiten sich den ganzen Tag Mama, Emilio hat mich geschoben Siehst du Ach Was hab ich gesagt? Elsa Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Hier oben Verflickster Hundeknochen Du bist einfach zu schnell Eine Hütte im Baum Aber du kommst hier nicht rein Geh runter von mir Aber nur wenn du aus meiner Kuhle rausgehst Du Pupsdorfmann Mama Er hat Pupsdorfmann gesagt Du bist nur alle Pässe Oh, hör auf damit Alle beide Und macht nicht so eine Unordnung Cool Du kannst echt gut klettern Ich bin die Allerschnellste im Klettern Auf jeden Fall Sieht super aus Und so sicher Du fällst nie runter, oder? Nö Ich steuere das mit meinem Schwanz Oh, so einen will ich auch Verkekst Mama Bin gleich da Ich muss nur noch ein paar Nüsse finden Ich helfe dir suchen Dann kannst du schneller zu deinen Kindern Komm mal hierher, Elsa Ich hab welche Ganz viele Oh Ah, super Keks Danke So, genug für meinen Wintervorrat Jetzt hast du dir erstmal eine Pause verdient Oh, ja Ich bin Keks, alles klar Ein Keks mit zwei Ohren Mit einer feuchten Nase Und als Hund geboren Ich bin viel unterwegs Die Welt ist so bunt Alle sagen, da kommt Keks Ein ganz besonderer Hund Quatsch, matsch, mag ich Und wie du dich da bewegst Guck doch mal zu mir Oh, ich hab mich grad verkekst Ich bin Keks Vier Beine und ein Schwanz Mit ganz viel Talent Für diesen Hundekuchen-Tanz Das ist der Quatsch-Matsch Das ist ein Bauch-Klatsch Das ist der Patsch-Platsch-Tanz Ich bin so flink Man sieht mich kaum Ich springe Hups Von Baum zu Baum Grad war ich da Jetzt bin ich hier Ich liege fast Ganz wunderbar Von Ast zu Ast So spring ich dann Weil ich mit meinem Schwanz sogar Meine Sprünge lenken kann Wenn ich abends schlafen will Kuschel ich mich Mit ihm ein Mein Schwanz ist Wuschel ich weich Und so schlaf ich gleich ein Ich bin Keks, alles klar Ein Keks mit zwei Ohren Mit ner feuchten Nase Und als Hund geboren Ich bin Keks Vier Beine und ein Schwanz Mit ganz viel Talent Für diesen Hundekuchen-Tanz Yeah Das hat gut getan Mama, langweilig Ach, da siehst du es Ich kann nichts in Ruhe machen Emilio, Elisa Ich habe eine Idee Was denn? Spiel doch mal Wer ist bester Nestaufräumer? Oh ja, ich Nein, ich Bei mir schon super Bei mir noch viel besser Danke, mach's gut Keks Ja, ich hab wirklich auf Tschau Elsa, ich muss los Ach ja, kleinen Eichhörnchen Das nächste Mal spielen wir In meiner Hundehütte aufräumen Ah, Fritz ist noch nicht da Sehr gut Dann merkt er gar nicht, dass ich weg war Schnell in meine Hütte Psst, da kommt er schon Nichts verraten Hallo Keks Da bin ich wieder Na, hast du gut geschlafen? Moment, ich hab dir auch was mitgebracht Deine Lieblingsleckerkekse Guck mal Na, wie sieht's aus? Drehen wir noch eine Runde? Nein Vielleicht eine kleine? Och, komm schon Na, also Hell! Ah! Ah! Manni, kur Ne Untertitelung. BR 2018